Diese Nachricht war ein echter Schock. Prinzessin Kate liegt im Krankenhaus. Die Ehefrau von Prinz William und künftige Königin von England wurde am Bauch operiert. Was genau los ist, darüber schweigt der Palast. Doch zwei Wochen Klinikaufenthalt und mehrere Monate Genesung sprechen für eine ernste Angelegenheit. Bunde sprach mit einer Chirurgin über Kates Gesundheitszustand, hat alle Details zur Luxusklinik und weiß, um wen man sich im britischen Königshaus derzeit sonst noch Sorgen machen muss. Schon wieder alles aus bei Selviemals. Nach nur wenigen Monaten Beziehung mit dem Immobilienunternehmer Wim Beelen gehen die beiden schon wieder getrennte Wege. Alle Details zur Blitztrennung, wer mit wem Schluss machte und woran die Beziehung scheiterte, jetzt in der neuen Bunte. 200.000 Euro Gage bekommt Heinz Hönig für seine Teilnahme am RTL-Jungicamp. Für den Schauspieler ein finanzieller Neustart, denn er musste Privatinsolvenz anmelden. Alle Details dazu, die schönsten Geschichten vom Filmball in München bis zu den Emmys in Hollywood, jetzt in der neuen Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.